Hallo und herzlich willkommen bei Lilly und Jack. Ich bin die Lilly und in diesem Video geht es darum, ob das positive, bedürfnisorientierte, gewaltfreie Hundetraining tatsächlich konfliktscheu ist. Das ist nämlich eine Anschuldigung, beziehungsweise eine Annahme, die immer mal wieder auftritt und aufkommt und uns als positive TrainerInnen immer wieder um die Ohren gehauen wird, dass wir Konflikten mit unserem Hund einfach nur aus dem Weg gehen, dass wir schwierige Situationen immer nur vermeiden, dass wir überhaupt gar nicht wirklich Kontra geben, dass wir immer dem Hund nachgeben und da niemals irgendwelche Konflikte zulassen. Diese Aussage kann ich in dem Ausmaß, wie es da oft gemeint wird, absolut nicht zustimmen. Ich sehe aber schon zu einem gewissen Teil, wo das herkommt und warum das nach außen hin so aussehen mag. Und weil eben manchen einfach nicht so richtig klar ist, was da bei uns im Training wirklich passiert, möchte ich darauf ein bisschen eingehen, wo ich da eigentlich den Unterschied sehe und wo ich sage, nee, guckt mal, wir gehen dem Konflikt nicht aus dem Weg, sondern wir gehen sogar wirklich in den Konflikt rein. Ich finde nämlich tatsächlich, da gibt es durchaus ein Argument, das man machen kann, dass wir auf die Art und Weise, wie wir Probleme lösen, tatsächlich noch viel besser in die Konflikte reingehen und diesen Konflikten eben nicht ausweichen. Bevor wir zu diesen Konflikten selbst kommen, möchte ich aber auf eine Sache eingehen und das ist das sogenannte Management. Und das ist auch ein wichtiger Punkt, der zu diesen Annahmen führt, die da so rumschwirren. Und zwar, Management ist für mich ein ganz, ganz, ganz zentraler Punkt für Training und bedeutet, dass ich gucke, dass ich Situationen so manage, dass mein Hund möglichst kein unerwünschtes Verhalten zeigt, sondern in einem Bereich bleibt, wo er unter seiner Reizschwelle ist. Das bedeutet, dass zum Beispiel ein Hund, der ein Problem hat mit anderen Hunden, nicht in dem Bereich ist, wo er den anderen Hund schon anbrüllt, sondern ich trainiere in dem Bereich, wo er das noch nicht tut. Also zwischen, ich habe den Hund wahrgenommen, den anderen und, ah, jetzt wird es wirklich blöd, dazwischen findet mein Training statt. Klar, wenn ich dem komplett aus dem Weg gehe, also zum Beispiel nur noch nachts gehe, irgendwo im Feld, wo niemand rumläuft und ich niemals mit meinem Hund einen Hund sehe, das ist natürlich reines Vermeiden. Und das ist eben auch nicht das, was ich empfehle, zumindest nicht nur. Kommen wir aber gleich zu. Mein Training findet also statt zwischen, okay, es ist halt schon ein Hund da in dem Fall oder ein anderer Auslöser oder was auch immer für deinen Hund gerade das Trainingsthema ist und dem Bereich, wo es dann wirklich für den Hund unangenehm wird und er in das Verhalten reinrutscht, das ich eben nicht haben will. Und eben nicht, okay, ich lasse es zu dem Konflikt zwischen meinem Hund und zum Beispiel in diesem Beispiel dem anderen Hund kommen und mein Hund hängt in der Leine und da trainiere ich und da gehe ich zusätzlich noch in den Konflikt rein und erzähle meinem Hund dann, dass er das doch zu lassen hat. Das stimmt, dass wir da eben nicht reingehen, so gut es geht. Und das stimmt, dass ich deswegen dann zum Beispiel schaue, dass ich einen Abstand einhalte, dass ich Probleme so weit aus dem Weg gehe, dass es für meinen Hund machbar ist. Aber wie gesagt, das heißt nicht, dass ich niemals dahin komme, näher heranzukommen und das heißt auch nicht, dass ich das permanent komplett vermeide, in irgendeiner Form dahin zu kommen. Weil klar, wenn ich da nicht langsam hinarbeite, dann kann ich da auch nicht hinkommen, dass mein Hund zum Beispiel näher an anderen Hunden sein kann. Wir müssen die Komfortzone unseres Hundes und auch von uns selbst daher doch durchaus langsam erweitern und dazu müssen wir da reingehen. Aber eben nicht über diese Reizschwelle hinaus. Und das bedeutet, dass wir letztendlich eine Gratwanderung beschreiten zwischen, okay, komplette Vermeidungsstrategie und, oh, das war jetzt zu viel, da ist mein Hund dann doch ausgerastet. Und dieses Prinzip funktioniert eben auch für alle möglichen anderen Trainingsthemen. Also ihr könnt dieses Prinzip von, ich arbeite in einem Bereich, wo mein Hund schon das Problem, die Ablenkung, den Auslöser wahrnimmt, aber eben noch nicht über der Reizschwelle ist. Das zieht sich durch. Ich muss durch ein Management Situationen schaffen, in denen mein Hund es richtig machen kann. Mein Fokus ist auf dem richtig machen. Mein Fokus ist nicht auf, mach den Fehler und dann sage ich dir, dass du den nicht machen sollst. Ich arbeite mit dem Hund in dem Bereich, wo er es richtig machen kann. Dementsprechend, ich stehe da komplett hinter, Management einzusetzen. Und ich stehe da auch hinter, durchaus, je nachdem wie viel zum Beispiel an dem Tag schon war, wie gut mein Hund drauf ist, wie gut ich drauf bin, auch wirklich mal Situationen komplett aus dem Weg zu gehen. Und dann halt, um im Training weiterzukommen, so weit reinzugehen, dass es aber nicht in diese ganz großen Konfliktsituationen kommt. Von diesen ganz großen Konfliktsituationen, von dem Ausrasten, hat mein Hund nichts und davon habe ich nichts und davon hat der Trainingserfolg nichts. Gehen wir jetzt aber wirklich zum Kern der Sache, Konflikte. Wie trage ich Konflikte mit meinem Hund aus? Denn sie passieren trotzdem. Selbst wenn ich zum Beispiel bei solchen Trainingsthemen, so gut es geht, Management betreibe, zu einer Beziehung gehören Konflikte auf eine gewisse Art und Weise immer dazu. Selbst bei eingespielten Teams gibt es Punkte, wo man sagen könnte, oh hier haben wir einen Konflikt. Und sei das nur ein ganz banaler Interessenkonflikt, weil mein Hund gerne den ganzen Tag essen wollen würde oder den ganzen Tag draußen rumflitzen würde oder 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 und das halt aus Gründen zum Beispiel nicht geht. Alleine aus dieser Konstellation von mein Hund ist ein Individuum mit Bedürfnissen, mit Wünschen, mit eigenen Ideen, aber mein Hund lebt bei mir in einer menschlichen Gesellschaft und wird durch mich auf dieser Weise immer eingeschränkt sein in seinen Entscheidungsfreiheiten. Alleine daraus ergeben sich jeden einzelnen Tag Konflikte, wo der Hund eigentlich sagen würde, nee, ich würde es eigentlich lieber anders machen und wo ich als Mensch sagen müsste, funktioniert so leider nicht. Und ja, da gibt es auch im positiven Training, auch im gewaltfreien Training, auch im bedürfnisorientierten Training Grenzen und Regeln und Punkte, wo ich mich als Mensch durchsetze, durchsetzen im Sinne von, ich entscheide etwas, dass es so oder so gemacht wird und ich sorge dafür, dass es auch tatsächlich so kommt. Wie ich das dann anstelle, das ist eben Training und Anwendung von erlernten Verhalten, von Signalen, von was auch immer. Aber um das dann eben zu kommunizieren, brauche ich nicht in einen aggressiven Konflikt reinzugehen. Ich kann den Konflikt also mit, wie gesagt, erlernten Strategien, mit Kommunikation lösen. Und das gilt für diese mini-kleinen Dinge, sei das nur, mein Hund möchte im Regen noch ewig stehen bleiben und ich möchte das gerade nicht. Mein Hund möchte rechts rum, wir müssen aber jetzt nach links rum gehen. Ups, Konflikt, erlernte Signale können eingesetzt werden, kein Ding. Konflikt gelöst. Friedlich, harmonisch, unaufgeregt, unspektakulär, aber auch das ist ein Konflikt. Und diesen Konflikten gehe ich nicht aus dem Weg und diese Konflikte, wie gesagt, löse ich. Und ja, da kommen wirklich Konflikte zusammen, wo ich dann auch wirklich sage, nee, ich entscheide, Punkt. Und wo ich mich nicht davon abbringen lasse. Was dem allerdings nicht grundsätzlich widerspricht, ist, dass es auch Situationen gibt, wo ich einfach sage, okay, mein Hund kommuniziert mir, ich möchte gerne dies oder jenes. Ich gucke mir das an. Hätte ich jetzt vielleicht von mir aus nicht unbedingt vorgeschlagen, dass wir das so machen, aber wenn ich sage, hey, kein Problem, können wir machen. Dann sehe ich jetzt nichts, was dagegen spricht, dass ich dann dem nachgebe und dass ich dann sage, ja, okay, wenn du das so möchtest, können wir das machen. Also mir bricht da kein Zacken aus der Kohle. Und das ist für mich dann eben auch keine Konfliktscheue, wenn ich einfach nur sage, okay, hey, wir haben kommuniziert, du hast mir kommuniziert, du möchtest rechts rum gehen. Und ich sage, kein Problem, machen wir. Warum muss ich dann Konflikt aufmachen? Und ich denke, da ist auch oft ein Punkt, an dem Missverständnisse entstehen. Denn ich bin grundsätzlich davon überzeugt, dass mein Hund ein Individuum ist und dieses Individuum auch ein Recht auf seine eigene Meinung hat. Und dass es unserer Beziehung doch auch durchaus gut tun kann, wenn auch mein Hund mal sagen kann, können wir das nicht so machen. Mir ist halt wichtig, dass es in Situationen, wo das nicht funktioniert, also wo das, was mein Hund gerne machen wollen würde, einfach nicht akzeptabel ist, dass ich da Wege finde, dass es eben nicht so ist und dass mein Hund es so macht, wie ich sage, dass es gesellschaftstauglich ist. Und der andere Punkt ist dann, dass die Art und Weise, wie das kommuniziert wird, ebenso gesellschaftstauglich und auch für unsere Beziehungen zuträglich ist. Das heißt, wenn mein Hund rechts rum gehen will und mir deswegen ins Bein beißt und mich da rüber zieht, dann finde ich das nicht okay. Oder ganz einfach so was wie, ich lasse mich nicht von meinem Hund an der Leine durch die Gegend ziehen. Das ist für mich eine Art und Weise zu kommunizieren, dass mein Hund da irgendwo hin will. Das verstehe ich, aber da trainiere ich halt schon dran, damit mein Hund mir dann zeigen kann, durch subtilere Zeichen, durch freundlichere Kommunikation, hey, ich würde gerne da drüben mal schnüffeln gehen, dass ich ihm dann sagen kann, ohne dass er mich ziehen muss, hey, okay, kannst du machen. Und dieses Nachfragen ist ja durchaus auch was, was in anderen Trainingsrichtungen eigentlich das Ziel ist, dass dann gesagt wird, ja, der fragt mich, bevor ich ihn losschicke. Ja, und das kann ich eben mit positivem Training erreichen, dass mein Hund das kann. Das setzt aber neben Training auch voraus, dass ich auf kleine Kommunikation achte, dass ich nicht darauf warte, dass der Konflikt eskaliert, dass ich auch nichts dazu tue, dass der Konflikt eskaliert. Denn wenn mein Ziel ist, dass wir leise und fein und freundlich miteinander kommunizieren, dann provoziere ich nicht, dass das Gegenteil passiert. Das ist genauso, wie es mir auch wichtig ist, wenn ich will, dass mein Hund fein und leise und freundlich kommuniziert, dass ich dann nicht genau das Gegenteil mache und eben laut und heftig in alles reingehe. Dann ist es kein Wunder, wenn sich da Sachen aufschaukeln. Und dann haben wir einen offensichtlicheren Konflikt, als ich den zum Beispiel vielleicht mit meinem Hund habe, der eben diese feine Kommunikation gelernt hat. Aber dieser offensichtliche heftige Konflikt erfüllt ja auch keinen anderen Zweck, als dann zu sagen, ja, okay, haben wir leise und freundlich geklärt. Und wenn dein Ziel ist, Konflikte laut und heftig mit deinem Hund klären zu wollen und zu müssen, ich glaube, dann haben wir einfach sehr, sehr unterschiedliche Ansichten. Und es gibt dann immer mal wieder manche Leute, die sagen, ja, aber Hunde untereinander, die sind ja auch nicht so mit und freundlich, sondern die gehen auch mal ein bisschen fester rein. Ja, aber da aus dem Sein auf das Säulen zu schließen und vor allem das zu übertragen auf die Mensch-Hund-Beziehung von der Hund-Hund-Beziehung, finde ich nicht so schlau und nicht so elegant. Das ergibt für mich tatsächlich praktisch keinen Sinn. Und noch ein Fehlschluss, der da mit drinsteckt, ist nämlich, dass Hunde immer heftig und laut und direkt sind. Das stimmt auch nicht. Wenn man sich Hunde in den passenden Umgebungen und in den passenden Situationen anguckt, Hunde, die es gelernt haben, dann sind die wahnsinnig feinfühlig und freundlich. Da passiert auf der körpersprachlichen Ebene so viel Kommunikation, die eben nicht, ja, nee, geh weg ist, sondern die wirklich ganz, ganz, ganz fein und klein und leise ist. Und da passiert so viel Deeskalation. Also wenn ich Hunde beobachte und sage, na, die sind ja auch ruppig untereinander, dann habe ich entweder die falschen Hunde in den falschen Situationen beobachtet oder ich habe nicht richtig hingeguckt und habe halt einfach aus meinem menschlichen Blickwinkel diese feinen Kommunikationsteile übersehen und sehe nur, wann es weiter eskaliert. Das ist also ein Ich-Problem und nicht ein Hund-Problem und auch kein Methodik-Problem. Das ist, da sollten wir einfach reingehen und uns da weiterbilden und genauer hinsehen. Und dann ist halt auch wieder das Ding, was ist mein Ziel? Mein Ziel ist ja, wie gesagt, feine, deeskalierende, freundliche Kommunikation. Das ist das, was ich von meinem Hund gerne sehen will, dass der so kommuniziert. Dementsprechend sollte ich auch das fördern und ihn nicht in Situationen bringen, wo das dann nicht mehr funktioniert, wo er sich gezwungen sieht, heftiger zu agieren. So, und das, was ich bis jetzt erzählt habe, spielt sich halt zum großen Teil in dem Bereich ab, wo ich Dinge tatsächlich vorausschauend so handeln kann, dass es so funktioniert, das ist jetzt ganz viel Gerede von, das ist mein Ziel, da möchte ich hinkommen. Und ja, ich möchte eben auch einen Weg gehen, der nicht über das Heftige und dann da reingeht, sondern ich sage, es funktioniert auch in diesem freundlichen Bereich, da hinzukommen, dass es dann auch freundlich bleibt und immer freundlicher wird. Nun leben wir aber nicht im Labor, sondern es kommt im Alltag eben dazu, dass mal irgendwas Doofes passiert, dass mein Hund dann doch mal über der Reizschwelle ist und so weiter. Und da auch wieder ein Missverständnis, das ich immer wieder sehe, dass ich dann da reingehen würde, mein Hund hängt mir im Bein und ich blobe ihn noch dafür und stecke noch einen Keks hinterher. Das stimmt so auch nicht. Das ist zumindest ein Missverständnis. In einer Situation, in der mein Hund unerwünschtes Verhalten zeigt und wir offensichtlich einen ernsthaften Konflikt haben, muss ich natürlich zusehen, dass ich zügig dieses Verhalten unterbrochen kriege und dann möglichst schnell aus der Situation rauskomme, sodass ich wieder in meinen Bereich komme, wo ich trainieren kann. Und dieses Abbrechen ist manchmal nicht nur feines Gesäuse und ein Leckerchen reinstecken. Wenn ich wirklich einen Hund habe, deutlich über der Reizschwelle und vielleicht noch nicht so weit im Training, dann ist das auch nicht ganz so heiti-teil. Aber ich mache es dann so, dass ich so viel reingehe, wie nötig, um meinen Hund da rauszukriegen, aber so wenig wie möglich. Und das sind Momente, wo es rein darum geht, heile, so heile wie möglich, aus einer Situation rauszukommen. Das ist kein Training, das ist, ups, es ist schiefgegangen, wir müssen hier irgendwie rauskommen. Da sind wir genau genommen im Bereich schützende Gewalt. Und wie gesagt, ja, aus manchen Situationen kriege ich den Hund nicht raus mit, hey, hey, komm mal her, hier hast du einen Keksen. Ich kann aber für solche Situationen ganz viel Signale trainieren, damit ich meinen Hund da noch möglichst gut rauskriege. Und ich kann es eben, wie gesagt, so ruhig und konsequent, aber so freundlich wie möglich gestalten. Und ich bin mir bewusst, dass ich in dem Moment eben nicht strafe, damit mein Hund das nicht wieder macht, sondern eben rein versuche, es abzubrechen. Die wirkliche Lernerfahrung, aus der mein Hund lernt, wie er sich in dieser Situation zu verhalten hat, passiert nicht, wenn es schon schiefgegangen ist. Wir trainieren für den Notfall. Wir trainieren nicht im Notfall. Und dazu kommt, dass selbst in Notfallsituationen, selbst bei eskalierendem Aggressionsverhalten, in ganz vielen Situationen, es wirklich nicht förderlich ist, selber mehr reinzugehen mit mehr Energie, mit mehr Aggressionen, mit ich versuche, dass du jetzt aufhörst. Sondern es gibt ganz viele Situationen, wo es im Gegenteil auch wieder die bessere Alternative ist, zu deeskalieren. Und auch da wieder, auch davon lernt mein Hund keinen Mist und auch davon bricht mir kein Zacken aus der Krone, nur weil ich deeskaliere, wenn zum Beispiel mein Hund mich anknurrt. Dann kann ich durchaus sagen, okay, hey, wir brauchen uns hier nicht weiter zu streiten. Ich will gar nicht, dass mein Hund lernt, dass er weiter eskalieren muss. Ich weiß dann aber, dass das ein ganz wichtiger Punkt ist, an dem wir hingucken müssen, warum musste mein Hund knurren und wie kann ich diesen Konflikt nachhaltig lösen. Und nachhaltig ist jetzt auch mein Abschlusswort zu der ganzen Sache. Ich möchte Konflikte nachhaltig lösen. Und das bedeutet, dass ich immer, immer, immer daraufhin trainiere, dass ich zumindest diese größeren Konflikte, die nicht einfach aus dem Alltag und wir haben unterschiedliche Meinungen ergeben, sondern wirklich einfach grundsätzlich sind und problematisch sind, die will ich so lösen, dass dieser Konflikt zumindest in der Stärke nicht mehr entsteht. Und das ist für mich auch nicht konfliktscheu, sondern es ist einfach ganz natürlich, dass ich in meinem Alltag mich nicht ständig mit meinem Hund anlegen will. Auch da wieder, wenn du das anders siehst und dich gerne mit deinem Hund anlegst, okay, wie du es meinst, aber ich sehe es halt nicht so. Und das gilt für mich für alle Arten von Beziehungen, die ich habe. Ja, bestimmte Arten von Konflikten gehören dazu und bestimmte größere Probleme, die wir jetzt vielleicht miteinander haben, müssen wirklich geklärt werden, aber eben freundlich, nachhaltig und in einem Bereich, wo es uns allen dabei möglichst gut geht. Ich hoffe, damit ist ein bisschen klarer geworden, wie ich zu dem Thema Konflikte stehe. Wenn du dazu noch eine gezielte Frage hast, dann schreib mir die gerne in die Kommentare. Und wenn du noch mehr von mir sehen, hören, lesen möchtest, wenn du noch mehr achtsames, bedürfnisorientiertes, gewaltfreies Hundetraining haben möchtest, dann guck dir doch gerne mal den Lili und Jack Trip an, der ist in der Beschreibung verlinkt. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ciao!